So, Berghoff als Bestes aus dem Ziel, es war wieder Svea Berghoff auf Position 2, sehe ich Miriam Rohrmüller auf Position 3, innen durchgeschlängelt hat sich die Franziska Lenker, so geht's auf die zweite Line, Position 4 für die Fahrerin aus Südertand, die jetzt doch mal Franziska Lenker angreift und ganz außen versucht es Jennifer Rosenmüller, die Erlanger Fahrerin, vorne bleibt Svea Berghoff vor Miriam Rohrmüller und Franziska Lenker, Platz 4 geht nach Erlangen an Jennifer Rosenmüller.